Lena startet auf der Läufer-1-Position. Ich mache einen Aufschlag, du machst die Annahme zu Lena. Lena läuft vor ans Netz. Wir haben euch beide auf Angriff. Wir starten das Ganze so, dass wir einen Dreier-Annahmeriegel haben. Ich kann auch knallhartes Technik-Training machen und dann bin ich aber jemand, der gerne direkt ins Spiel übergeht. So ewig lange Thrills, wie die Amis das nennen, finde ich zeigen kann nicht viel Übertrag. Ich versuche dann das direkt in Spielform umzusetzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.